cute baby miley der kanal für kinder heute mit unserer zweiten nerd blog junior box für mädchen monat april und dann lassen wir uns überraschen was dieses mal rauskommt ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an die lustige april box mit den april schatzartikeln dem purzkissen und so genau und ihr darf nicht reinschauen holen wir das raus ein sonic der hedgehog gummiball jetzt nicht auf komm ich schneiden schnell auf dann mal hol ich kurz ein anderes nicht so schnell nicht so schnell sonst dauert unser unser video ja bloß zwei minuten ja mich macht immer spaß cool ich mach mich hier zeig mal da da hinten sieht es niemand ok ist der ziemlich hart glaube ich ganz schön kann es gut auffallen aber nicht immer so gut ok ich zeig ihm mal kurz so schaut aus unser sonic der hedgehog gummiball ja recht hart der ist für mich bei für mich gut was haben wir noch drin magst du gar nicht gucken dann guck ich rein nein warte warte das hello kitty helft mach ich ich darf schneiden ja ist ja recht Hilfe eine schere eine hello kitty sammelfigur in der tüte schnitt ich lege auf da braucht man gar nicht schneiden guckt er hat was zum 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 inte nicht Ich komme mir noch ein bisschen näher. Witzig. Cooler Anhänger kann man natürlich auch irgendwo anders rumhängen. Da braucht man nicht gerade einen Schlüsselbund hängen. Cool. Hier ist er zusammengepackt. Was war noch drin? So ein Teilpackzettel, was es sonst noch gibt. Die haben wir. Ich würde gerne die und die haben. Dracula. Und die. Ein Zombie. Wo ist Dracula? Ein Skelett. Da ist Dracula. Eine Mumie. So schaut es aus. Die gibt es alle. Hey. Ich bin zu lief. Ui, ich habe nichts gesehen. Warte. Hä? Ist ein Auto drin? Keine Ahnung. Oh, zieh sich mal ein bisschen an. Elsa! Ihr Eiskönigin! Und die Anna, die Schwester. Anna und Elsa. Eine Kühlbox oder was? Was? New Stay Fresh Thermal Liner. Elsa und Anna, die Schwester, die Eiskönigin. Eine. 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 Eiskönigin. Tasche. Für Snacks oder Sandwiches. Und. Die auch kühlt. Und das ist die Elsa, das ist die Anna, das ist der Olaf. Hinten auch ein tolles Motiv drauf. Ich sage euch jetzt mal wie die heißen. Ja. Das ist die Elsa, die Eiskönigin. Das ist die Anna, die Schwester und das ist der Olaf. Ehrlich. Das ist also mit Kühlfunktion hier. Moorzeit! Die Tasche. Wo, wo, wo. Und das hier. Das hier, die so aussieht wie so eine Alufolie. Folie. Das hält dann praktisch kühl. Was, was da rein tust. Ja. Passt natürlich zu Frozen. Ja. Frozen. Frozen heißt gefroren. Ah. Mad Lips. Ach, yay. Das wird etwas schwierig. Ist natürlich Englisch. Die Box kommt aus Kanada. Und zwar hier so Lücken. Texte kann man hier füllen. Ist eher etwas für einen Grundschüler in einer englischen Schule. Vielleicht später mal. Wenn man anfängt Englisch zu lernen. Ist das ganz okay. So. Was haben wir noch drinnen? Eins dürfen noch drin sein. Noooo! Thanks. Katsum, Morsi! Was ist denn das? Was ist das? Ein Außerirdischer. Keil. Keil mal 30. Von was für einem Spiel ist das oder von was für einer Welt? Monster fütterst du mal langsam, Mausi. Ja, der war auch noch drin. Gute dir. Ich liebe das am besten. Und die? Das fand ich heute am besten. Die Fühler hier sind ja echt witzig. Ich weiß nicht, welche Spielserie oder so. Ist da jetzt noch was drin? Nein, ist leer. Genau, das war alles drin. Unser Anhänger, Hella Kitty. Als Hexe verkleidet. Kuscheltier. Gummiball. Das war nicht am besten. Unser Englisch-Blog hier mit Lückentext. Und eine Kühltasche für Milane. Cool, die nehme ich dann immer mit. So, schau. So, dann geht der zum Beispiel. Mama sagt, Okay. Sag mal, tschüss, komm. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, Elsa, Anna, Olaf. Tschau. Tschau. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Vielen Dank.